...zu wählen und welche Partei? Sind Sie auch einer, der über Jahrzehnte das Gleiche wird? Ich habe, wie kann man sagen, in den letzten Monaten ein bisschen scheinbar, was ist, wenn man sagt, aber erst in 14 Tagen. Auf 14 Tagen habe ich gewählt. Aha, wie soll, genau. Ja, genau. Okay. Und ja, ich habe auch meine Partei, die ich immer gewählt habe. Also wirklich ein Treuer. Ein Treuer. Okay, das ist genau das, was Professor Salcinelli gesagt hat. Wir werden uns nachher in der nächsten Sendung weiter unterhalten. Um 22 Uhr sind wir wieder für Sie da, weil bei uns hier...